Ah, die Brücke ist da 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 Ich hab in sowas gewohnt Quarantänezone in Boston Sowas, okay Militärvorbereitungsschule Ja, ein anderes Wort für Waisenhaus Das Haus von Kindern geworden ist Dieses Haus ist schon lange verlassen Die Kinder sind erwachsen Sie sind also Hunter und wollen uns töten Oder sie sind tot Oder sind geflohen Aber du glaubst das nicht Hm, ich glaub wir müssen aus der Stadt raus Los Mal luten Ja, ja, was war da Was war noch eins, meinst du Die Brüste sind überall Ich hab den gesehen, kurz vor dem Ausbruch Ach ja? Schlitzte sie am Ende komplett auf? Tch, niemand wird aufgeschlitzt Das ist ein Teenie-Film Wer hat dich da reingeschleppt? Die Tochter Keine Ahnung Bleiben wir witzig, okay? Okay Keine Ahnung Wenn ein Teenie-Film reingeht Wer hat ihn da reingeschleppt und das hat keine Ahnung, alter Jeder weiß Also jeder der das Spiel kennt, weiß Dass er nicht über seine Tochter reden will Und die ist halt gestorben, so Am Anfang Gehen wir durch die Gasse Oh oh Oh, der verdammte Truck Schon gut, bleibt nur in Deckung Wir sind da schon wieder Die werden mich alle da suchen und werden alle da hingehen wahrscheinlich Probier was Trifft das überhaupt rein? Ich hoffe schon Hast du noch geholfen? Pass bloß auf Die kommen schnell bitte Ey die kommen schnell bitte Kann man den hier sehen? Scheiße Oh shit Wenn die alle drinnen tot sind Ich renne einfach ins Haus, weil da ist der Panzer, Alter Kein Bock auf den Hat er noch Muni gehabt? Ne Schnell rein, bevor der darüber kommt Genau das wollte ich nicht, aber ich wusste, dass das passiert irgendwie Weil ich kann mich noch erinnern, dass man den Panzer da Dings gegen den Panzer kämpfen musste Beziehungsweise abhauen von denen musste Oh fuck Seht ihr mich dann noch mit der Bombe? Ne Okay Jetzt ist die Bombe einfach gut Oh doch nicht Oh doch nicht Muss ich hin? Ah da vorne rein Scheiße 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 auf den Typen Draußen Oh mein Gott Wo muss ich ihn durch vorne denn sehen muss ich da auch rein Ich glaub nicht oder? Oder? Ne, da ist nichts Ich nehm die Flasche erstmal mit weil ich kann nicht stoppen Oh fuck F1, Alter, sind wieder voll viele wahrscheinlich, ja Ich will die jetzt nicht so töten Ah, scheiss Nein, Ellie Arschloch, lass mich in Ruhe, Alter Ich glaub da zumindest keiner mehr dahinten war Oh fuck Was? Ich glaub er da ist Heilig Da hast du Schicht gepasst hat Das sind safe noch mehr Oder die steigen aufs Panzer aus oder? Warte mal Oder steht da noch unten Keine Ahnung Männer Toilette und Frauen Toilette sind einfach zu Muss keiner aufs Klo oder was Hm 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 Ich glaub sie sind weg Nee nee Ich glaub ich nicht Warte der kommt jetzt safe von rechts oder? Da rechts war ja noch weiter oder? Du hast den Zaun halt Einmal gedreht Da ist der aber auch noch irgendwas oder? Oder auch nicht Wer lustig gewinnst dann zieht Geht Ähm Gehst du raus oder? Hey Ja da ist die Straße Alter wenn ich da Wo muss ich überhaupt hin? Da am Rand oder wie? Hä Ich glaub ich mal Niemals Ich glaub jetzt am Rand Der kommt jetzt da vorne 100% Ja Gött doch mal Bo Gött doch mal Jaaaa Jaaaa Die ist ok Wir sehen uns nicht Warum sieht der sehr das? Die blind Da ist Fenster Da ist Fenster Ein da Ja ich wusste, dass das kommt Sch Verdammt Verdammt John Warte John, hör aus Da! Lass ihn in Ruhe. Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du Hartz. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls ihr es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel. Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier raus zu kommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Hosuh. Hm. 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 fort ab und zu haben möchte den irgendwie nicht gehen sind ja links rein oder ja wie die alle warten auf mich lasst mich doch looten seht ihr da nicht ganz viel loot genau genau molotov so besser zum beispiel leute und da liegt auch noch das darf wenn man mal nur denen hinterher rennt liegt immer irgendwo voll viel stoff wie gerade direkt nebenan stehen sie halt wie alt sind die sind selbst gleich halt weil sie auch gleich groß in dem video das kann man wieder aufbrechen oder natürlich aber wenn eine tür ist einfach so sieht halt auch so ähnlich aus wie wir uns hier aufbrechen kann okay muni ehre ich glaube dass ich jetzt hier alle komischen comics die du immer liest ehre starlight tiefphase war ein kinderzimmer sieht so aus da auch sehr welches dann es wird er ist immer sein ich war überhaupt dazu geguckt ist das vielleicht aber habe ich gerade noch keins gesehen warte mal ja oha leute da ist ein dinges maus betten auch die dog steht oben den und die kitarre im mit kann ich noch machen förra wenn ich verbessern warte mal da ist kristin mir das da kann ich genug mache weg von dem fenster Ja, da können wir endlich sein. Gar nichts. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Er wiegt fast nichts. Der arme. Jetzt komm. Wie weit ist es noch? Nicht weit. Nicht mal weit. Elli. Guck mal, da ist ein Spielzeug von dem Typen. Warum steht Elli da? Ja, sieh dich, Elli. Er packt ein Jahr nicht ein. Das war auch gar nicht für Elli mitnehmen. Loll, schau Leute. Wieder die Grafe, was sie in Dings... ...Jolls Tochter im Zimmer hatte. Das war genau die Grafe. Die kommt überall vorne im Game. Fakt ist ein Gegner. Gib uns Deckung. Na klar. Sam. Wo sind die anderen? Okay. Sie wollen nochmal alles absuchen. Sicher gehen, dass da nichts ist. Okay. Hier da rechts draus. Ich schaue hier. Wenn wir hier suchen. Sie da drüben nach. Wow, echt knapp. Oh mein Gott. Komplett Headshot. Schafft ihr den? Ich hoffe schon. Naja. Renn doch halt. Sam, Alter. Arschloch! Arschloch! Das ist nicht gut. Okay, nice. Genau, sowas brauche ich. Du wiese Drecksau! Halt der Mauer, Alter. Hahahaha! Das war's. Nicht schlecht, Alter. Wer zieht den auf? Die Ellie oder wohin? Kommt da auf. Ne, der hüpft auch auf wahrscheinlich. Die Ellie. Ja. Ähm. Okay. Dann gehen wir hoch. Hey, was? Was, was? Du das da! Ah, scheiße. Halt der Maul. Äh, jetzt. Ja, er hat genau das gemacht, was ich gesagt hab, Alter. Da kann ich ein Ding... Halt eine Ausrede, halt. Ja, er hat nen Schlüssel. Warte, warte. Willkommen in meinem Schloss. Hm. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier! Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten. Wachen die scheiß Brücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wow. Alles gut? Au! Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Mir macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Na ja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er da hin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Du hast das schon mal gemacht? Dann los. Wie beruhigend. Äh, ja. Cool, Alter. Erzählst du was noch nicht? Du kennst den Weg. Oh. Hey, ich komme dir nach. Okay. Alles klar? Ich versuche warm zu bleiben. Warte mal. Da ist nur einer da drüben. Wir haben Infizierte. Eine Spur von den Eindringlingen. Oh, ja, die Infizierte kommen jetzt da glaube ich auch dann noch. Noch in der Stadt? Ja, die sind noch hier. Ja, hinter dir. Ja, er sticht gleich ein Messer rein, Alter. Wo ist der andere Typ da? Das andere soll weg da. Scheiß Licht. Der soll links rüber schauen. Bitte schnell. Du Hund. Ich sehe ihn halt nicht mehr. Hinterm Licht. Da geht er. Ich habe ihn getroffen, oder? Ja. Nee, doch nicht. Nicht ganz. Ein Hit nur. Der ist aber tot. Ja. Wie viele? Oh mein Gott. Findet ihn bevor er entwischt. Wir werden uns auf der Straße hoch. Du, such den Flur ab. Der ist drüben. Scheiße. Da. Ich hab gesessen. Ich hab da halt fast keine Waffen mehr. Nur die Pump. Ich pistol in der Entfernung. Bringt auch nichts. Aber hier bringt uns das vielleicht. Oder auch nicht. Wenn man kein Ame hat. Wir sind die Folge. Was? Scheiße. Was macht der? Hinter dir. Wir können das doch regeln, ok? Kann ich mir auch verwechseln? Nein. Krass. Es sind da noch welche. Da vorne ist einer. Der schießt nicht auf mich. Der traut sich nicht. Fahre dich doch. Dann töte ich ihn. Dann mal los. Ah du Mist. Fick dich. Ich hab dich auch noch nicht eingemischt. Geht's halt nicht auf. Oder doch. Schneid durch. Fack. Jetzt. 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 Bitte rennen. Bitte. Bitte. Halt. Sie sind hier drüben. Oh shit. Erledigt. Los kommt schon. Ja. Ich weiß jetzt was passiert. Ich muss da durch. Gleich bei dem Doorsafe. Ja. Wir haben es noch nicht geschafft. Scheiße. Leute. Jetzt ist es zu scheiße. Ich mag Henry irgendwie. Aber das war die behinderte Aktion die er gemacht hat. Und ja. Werde hier. Los geht's. Okay. Los auf jetzt. kurz. Ich stumm mich erstmal für kurz statt hier. Komm schon. Mist. Schneller. Lely. Der hat dich. Okay holen wir ihn hoch. Es tut mir leid. Wir hauen ab. Was? Was alter Schwachsinn. Hey. Was zum Teufel Henry. Wir bleiben zusammen. Wir bleiben zusammen. Wir bleiben zusammen. Diese Scheißerle. Kommt aus. Vielleicht kommen sie hier lang. Das ist los Mann. Das ist los Mann. So. Ich hoffe ich mich wieder nicht gestummt. Nein. 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 Bitte. Miese Drecksache. Ist er ja schuld, Alter. Er hat ja mich sowieso getötet. Oder wollte ich mich töten. Hast du das gesehen? Will dir nichts drauf ein. Das lenkt dich nur ab. Ach. Jetzt so. Gut. Kriegen wir durch. Rein rennen. Scheiße. Achso. Das war doch nicht da. Rein rennen. Die werden uns umbringen. Schöße. Oh verdammt. Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns umbringen. Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen. Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich geb dir Deckung und dann rennst du. Oh Mist. Herrgott. Du hältst mich oben. Ellie. Keine Diskussion. Ellie. Verstand. John. Take care. Um. Follow me. All the days of my life. And I will dwell. On this earth forever more. Said I walk beside the still waters. And they restore my soul.